Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge und ja ihr seht es passt wieder mit der Auflösung, hier kann man wieder alles erkennen, auch hier ist alles lesbar, das war leider nicht ganz eingestellt, aber ihr seht auch, oh oh, ja der ist abgeschmiert, ich hab auch irgendwie verpasst vorher zu speichern, ich hatte aber ehrlich gesagt jetzt nicht so richtig Bock nochmal alles zu erzählen, was ich hier vor hatte und so. Auch mit diesem Weg und sowas, deswegen, kein Problem, machen wir das eben nochmal ganz flottiger Lobby nochmal neu, wir brauchen ja einfach nur hier diesen blöden Hügel da irgendwie gradigen und dann stellen wir da kurz die Buden nochmal hin, ist doch egal, oder? Ich hatte nur wirklich überhaupt keine Lust, das jetzt nochmal alles neu zu machen, so machen wir mal so, hier können wir das mal so tief absenken und hier dann auch, dann machen wir es gleich nochmal ein bisschen schöner als eben. So, hier auch, dann fällt das nicht so auf, so hier, meinetwegen können wir das hier sogar noch ein bisschen größer machen, dann haben wir da noch ein bisschen mehr Fläche. So, hier können wir dann auch den ein bisschen hochziehen. Ja, das ist doch egal, wie das dann aussieht, ist doch alles okay. So, dann können wir uns da jetzt nämlich noch ein bisschen mehr austoben, was dann den Weg angeht. So, dann kriege ich den einen hier auch noch. So, und das ist alles ganz günstig, ja, das seht ihr selber. So, wir wollten auch nochmal, ich wollte auch nochmal ganz kurz gucken, wir haben ja Schulden. Wie hoch sind denn die Schulden? Da hatte ich jetzt beim letzten Mal gar nicht geguckt. Ach süß, eigentlich haben wir überhaupt keine Schulden. Ich meine, wir haben ja 13.000 minus 12.000 macht immer noch ein Tausender über. Theoretisch könnten wir jetzt noch nach Mexiko und da jahrelang dahin vegetieren. So viel Geld haben wir hier. So, dann machen wir hier mal unseren Weg. Und hier können wir jetzt unsere Flaniermeile dann starten. Und danach geht es dann einfach hier rüber. So, und hier vorne. Theoretisch können wir sogar dann, ja, das reicht wieder nicht genau. Machen wir es mal so. Auf der anderen Seite auch. So, und dann geht es hier auch rüber. Und dann haben wir hier wundervoll, ja, das sieht jetzt ein bisschen unsymmetrisch aus. Warum? Ach so, weil der hier ja links ist. Wenn wir es jetzt so machen würden, dann wäre es besser. Aber dann kommt da auch wieder nicht jeder überall dran vorbei. Geht halt nicht anders. Aber so ist das schon völlig in Ordnung. So, und jetzt wollen wir uns natürlich nochmal beeilen mit den Buden. Also, da stellen wir nochmal genau das gleiche hin. Was wir eben auch hatten, die Reihenfolge, ist egal. Ich versuche mich hier so ein bisschen kurz zu halten, so ein bisschen zu beeilen. Das muss auch nicht alles hundertprozentig sein. Was ist ein Angebot? Hier der Standard-Burger und der 100-Gramm-Burger sind gleich teuer. Das muss sofort genutzt werden. Das war super. So schnell, dass wir hier dann das erstmal falsch machen. So, Burger. Ja, und dann werden wir dann am Ende, wenn wir hier mit den Buden hier durch sind, dann können wir nämlich dann auch nochmal ganz entspannt ein paar Mitarbeiter einstellen. Und dann gucken wir nochmal, gibt es hier irgendwelche Attraktionen, die wir direkt am Anfang dann mal anbieten können bereits. Nochmal, die wir da zustellen können, diese normalen Fahrgeschäfte, also jetzt keine Achterbahn, sondern diese Standard-Dinger. Das kommt ja eigentlich, glaube ich, immer ganz gut an. Vor allem sind die saugünstig und da kann man eigentlich teils echt verdammt viel Geld mit einnehmen. So, was hatten wir noch? Root Beer. Root Beer hatten wir. So, das kommt hier auch hin. Jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen mehr Platz. Jetzt können wir hier auch noch ein bisschen mehr hinstellen. Das ist schon mal ein Vorteil, dass wir hier... So, den machen wir auch wieder günstiger, weil wir ihn gerade im Bild haben. So, dann können wir meinetwegen auch noch... Na gut, ich wollte eigentlich das Eis nehmen, aber dann nehmen wir hier den Döner auch noch dazu. Ist ja Dönerstag. So. Dann jetzt aber auch noch Eis. Eine Kugel. Boah, das ist echt nicht billig. Das ist ja eine tolle Auswahl. Vanille und Schoko, ja herrlich. Da würde ich ja ein zu viel kriegen, wenn ich nur zwei Kugeln auswählen darf. So, was gibt es denn noch schönes? Pommes hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch noch. So, das nehmen wir auch noch mal mit rein. So. Und so. So, Ballons hatten wir. Und zwar in Rot. Und das hier alles so gleich, halbwegs gleich machen wie beim letzten Mal. So, dann. Was hatten wir noch? Ich glaube Safari-Hüte. Das ist auch kein Problem. So. Hier vorne können wir schon mal... Äh... Oder warte mal. Ja doch, wir können hier nochmal die Geldautomaten hinpflanzen. Guck mal hier. Und so schnell waren wir. So, hier. Und dann nochmal eben kurz erste Hilfe. So. Ach, Toiletten hatten wir. Da sollte eigentlich die Toilette hin, aber ist ja auch wurscht. Hier kommt die dann hier hin. Und die Toiletten hier. Ja, ist ja auch egal, ha? Macht ja jetzt nichts. Können wir hier sogar noch so ein bisschen... Zack, das einmal so rumbauen. Dann können die Leute da ordentlich, vernünftig rumgehen. Und dann machen wir hier meinetwegen auch nochmal erste Hilfe. Ist doch egal. So teuer sind die ja auch nicht. Ja, das hat... Das Ganze hat jetzt sowieso schon fast über 5000 gekostet. Aber das sind halt Sachen... Äh... Ach, komm schon. Das sind halt Sachen, die wir hier am Anfang sowieso machen müssen. Außerdem zahlt sich das auch auf jeden Fall aus. So, zwei Buden können wir noch nehmen. Was können wir denn noch nehmen, Schönes? Türkischer Honig. Warum? Steakhouse, jawohl. Nochmal was Vernünftiges hier. Und dann nochmal irgendwie was Getränkemäßiges. Keine Ahnung. Ja. Limonade. Weltraumshake. Ähm. Kaffee. Warum denn nicht? So, wunderbar. Gut. Ja, dann brauchen wir natürlich auch ein paar Mitarbeiter. Sind das schon Gäste? Tatsächlich. Äh, Mitarbeiter. Das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Ah ja, Forschung können wir auch hier mal ein bisschen runterdrehen. Können wir mal schauen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das, das nicht. Das eigentlich auch nicht mehr. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das ist natürlich. So. Und Herausforderungen gibt es noch keine. So, Mitarbeiter. Also. Ein paar Putzer. Na klar. Und die kriegen dann auch gleich Stufe 2. Machen wir mal 5 Stück. Boah, ey. Und die Kohle ist gleich weg. So, und dann einen hier vorne noch. Der bekommt dann die dankbare Aufgabe, hier die Wege dann alle zu machen. Ach, scheiße. Und wir brauchen ja irgendwie auch noch Mülltonnen und Bänke und so einen Blödsinn. So. Und dann meinetwegen auch noch hier, hier und hier. So. So, alles gut. So. Dann haben wir die. Dann können wir auf jeden Fall, im Prinzip würde derzeit nur einer reichen, aber wir nehmen auch direkt 2 von den Mechanikern. So. Und das reicht dann eigentlich auch. Gut. Dann haben wir das erstmal. Boah, diese Viecher machen mich echt krank, ey. Können wir die nicht weg machen, ne? Ohne Scheiße, ey. Die sind so hässlich. Außerdem geben die noch ein paar Tausender. So, tschüss. Auch dieses dämliche Insektenhaus. Was, da wird keine... Boah, ey, wie viele? Da wird keine Sau reingehen. Oh je. So, jetzt sieht es auch schon irgendwie freundlicher aus. Ist auch ne Scheiße. Gut. So, wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wir wollen noch ein paar erste Attraktionen bauen. Oha. Und da gucken wir einfach mal, also was wir hier so haben. Und das erste, was hier ins Auge fällt, ist ein Bewegungssimulator. Die sind immer ziemlich cool. Roboterarm haben wir. Roboterarm. Roboterarm haben wir auch. Und beim Roboterarm kann man theoretisch sogar zwei nebeneinander stellen. Denn es dauert wirklich saumäßig lang eine so ne Fahrt. Und die sind immer voll. Da stehen immer welche an. Und wir könnten die auch noch viel teurer machen. So. Drei Euro hatten wir, ne? Ja. So, jetzt bin ich mal am überlegen. Das könnte ein bisschen doof werden. Vielleicht machen wir den Weg hier nochmal so ein kleines bisschen anders. Dass wir hier den so weg machen. Und dann hier außen so rum. Zack. Und das Ganze machen wir hier auch. Dann haben wir da wesentlich mehr Platz zum Anstehen. Ja, perfekt. Jawohl. Also, das sieht doch schon mal gut aus. Dann haben wir da schon mal zwei so Roboterarm. Ja, das dauert wirklich lange. Oder das ist wirklich so eine Fahrt. Das ist wirklich extrem lang. Ich weiß nicht, ob wir das hier einstellen können noch. Eine Runde. Das ist dann schon auch nur eine Runde. Also, das geht schon so in Ordnung. So. Dann wollen wir nochmal weiterschauen. Donner Bobs. Mhm. Doppelte über Kopfschwingbahn ist auch immer in Ordnung. Kann man auch immer gut hinstellen. Und dann lassen wir den Preis auch erst mal so. Wollen wir hier niemanden verschrecken. Hä? Und auch da passt das wunderbar mit dem Anstellbereich. Und dann wollen wir auch noch einen weiteren noch dazustellen. Da hatte ich mir schon eine ausgesucht. Das ist Enterprise. Passt hier auch noch wunderbar hin. So. Wird auch so bei genau 2 Euro liegen. Perfekt. Und. Auch hier können wir dann. Scheiße. Kann man das irgendwie noch anders regeln? Ach so. Ist doch. Ne. Wir haben. Irgendwie hat er den einen Weg nicht gemacht. So. Dann ist ja alles gut. Ja. Dann hätten wir uns den. Ne. Müssen wir schon so machen. Okay. Das sieht doch erst mal ganz nett aus. Wir machen erst mal auf Play. Denn so langsam brauchen wir dann auch wieder ein bisschen Geld. Und ich glaube eine geht noch. Eine geht noch. Freefall. Fliegender Teppich. Oh ja. Fliegender Teppich ist auch immer sehr. Sehr sehr. Sehr sehr. Sehr ertragreich. Können wir hier vorne noch so. Hin basteln. Hm. Ah. Ist egal. Cooler. Ach komm. Das soll jetzt auch schon. Dann schön aussehen. Cooler wäre es wenn man den auch einen weiter dahin macht. Das machen wir nochmal eben ganz kurz. Ähm. So. Hier. Dann ist das nämlich alles so schön. Mit den Winkeln. Das ist dann überhaupt keine Platzverschwendung. Weil wir haben überhaupt ganz wenig Platz hier nur. Ah. Okay. Ich nehme es zurück. Wobei kriegen wir das hier irgendwie hin? Jawohl. So geht es doch eigentlich. Theoretisch könnte man es auch noch so machen. Und dann hier so rüber. fliegender Teppich machen wir auch 2 Euro. Ich weiß dass die eigentlich immer sehr gut ankommt. Gut. Dann sind wir hier erstmal für diese Folge dann bedient. Ähm. Ja. Ich speichere mal eben ganz kurz bevor noch ein Unglück passiert. Weil ein drittes Mal mache ich das jetzt sicherlich nicht. So. Und dann würde ich mich freuen wenn ihr dann in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Leute. Da werden wir weiter mit diesen Bahnen hier machen. Wir werden hier alles zugleistern. Weil so viel Fläche, so viel Platz haben wir hier nicht. Ähm. Den Weg hier werden wir dann weiterführen. Am besten einmal rechts rum. Einmal links rum hier irgendwie wieder anschließen. Und dann kann man hier alles zugleistern mit genialen Attraktionen. Also Leute. Macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. use Vielen Dank.